Junge, ihr fühlt den Shit. Ihr fühlt den Shit. Komm mal so, Digger. Komm mal her. Junge, 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 Junge. Er hat die Schritte. Er hat die Schritte parat. Ihr seht auf jeden Fall, meine Kleinstadt ist auch auf jeden Fall am Leben, Leute. Wir sind hier nicht viele Menschen, aber die Leute sind hier auf jeden Fall cool drauf. Alle sind am Feiern. Ich habe viel gesehen, aber ich habe viel mehr gehört als gesehen. Deswegen drehen wir am besten mal eine Tour. Auf jeden Fall Leon, Bruder, ich bin heute mit der Kamera unterwegs. Es gibt Leute, die zeigen Berlin, Hamburg, Köln. Ich zeig mir heute meine Kleinstadt Minden, so weiß ich mal. Bruder, ich sag ehrlich, Minden-Cousin frisst diese Städte. Ja? Ohne Probleme. Mit Tascha war mit mir in einer Schule. Welche Klasse ging dir? Erste bis? Erste bis siebte. Erste bis siebte Klasse. Dann ist er geflogen. SKK, Bruder. Schon seit klein auf. War wild. Wild, ne? Irgendwann, Bruder, alle haben YouTube gemacht. Im Hintergrund geht's. War nicht mehr dasselbe. Leute haben aufgehört mit YouTube gucken, hier, dies, das. Aber jetzt Twitch hier mal da, Bruder, Leute, Black Bros, ihr. Die Generation hat sich aber auch geändert, Bruder. Das ist nicht mal wie früher. Das ist nicht mal wie früher, Bruder. Wir werden auch alt. Ja, nee, wir sagen auch schon langsam, früher war alles besser. Bruder, ich danke dir vielmals für deine Worte, Bruder. Ich kiss dein Herz. Der Typ hatte immer alles zu verkaufen, Leute. Das war der Dealer. Kennt ihr Disneys große Pause, der Typ immer seine Jacke öffnet und alles dabei hat? Ich schwöre, seine erste Sache, die er immer verkauft hat, war ein Geodreieck. Was hast du heute zu verkaufen? Alles was du willst. Ja? Ja. Was hast du denn? Zeig mal. Perfü. Perfü? Perfü? Zeig mal. Sorry, Bruder. Aber nur pro Spiel. Zeig doch mal. Was ist das denn Perfü? 380 Euro für dich 20. Nee, Junge, das ist teuer, Bruder. Leute, das ist Chabo3.2. Er ist heute auch auf jeden Fall auf einem guten Endos unterwegs. Er hat... Hast du Spaß, Bruder? Ja. Ich hatte sehr viel Spaß gehabt mit solchen Menschen und so. Ist alles okay, Bro? Wir sind doch gerade am Filmen, Bruder. Also ja, auf jeden Fall. Nein, nein, alles gut. Wie geht's dir, Mann? Wie geht's dir? Alles gut. Warum bist du Verständnis? Wie geht's dir? Unhöflich ist es, vor der Kamera so zu laufen. Wer bist du? Wie lange bist du schon hier? 2 Minuten. Wie lange ist er schon hier? 2 Stunden, Bruder. Okay. Wie lange bleibst du heute noch? Bis du mich geistkrank nervst, dann hau ich auf. Echt? Das ist eine Legende, Digga. Finde Frustiwerk. Wie geht's dir, Mann? Digga, freut mich mega, dich zu sehen. Was? Wohin? Bruder, sag mal einmal ganz kurz Hallo, mein Video, Bruder. Die Leute wollen doch auch wissen, mit wem ich dich abhängen und so. Leute, auch ein sehr, sehr guter Freund hier aus Minden. Mal dein Trikot präsentieren. Leute, wir haben hier Ronaldinho. Einmal umdrehen. Junge, Legende. Ich schwöre, Ronaldinho einer meiner absoluten Lieblingsspieler, Bruder. Baba Trikot. Wie geht's dir, Bruder? Sehr, sehr gut. Heute gut getrunken? Ich bin schon sehr, sehr gut getrunken. Hast du Spaß? Nein. Aber das ist das Ziel hier, oder? Dass man Spaß hat, oder nicht? Das ist es, Bruder. Das ist es. Keine Ärger, einfach nur Spaß hat. Aber soll ich dir was sagen? Ganz ehrlich, egal. Ich suche mir hier Leute oder so. Wenn die korrekt drauf sind oder so, suche ich mir Spaß. Ich hab Spaß. So muss das. Stark. Hat mich sehr gefreut, Bro. Viel Spaß drauf. Er heißt eigentlich René, aber ich nenn ihn mal Toni. Guck mal jetzt, guck mal jetzt. Toni! Toni! Wadag Toni! Wadag Toni! Wadag Toni! Wadag Toni! Alin! Alin, los! Toni! Wo, wo? Such die Kamera. Da, da, Bruder, da. Da, her. Hinter dir, da, da. So. Das ist Toni. Toni, wie geht's dir heute? Toni, mein Trainer. Bruder, wir machen heute ein kleines Video über Minden. So ein kleines Schulprojekt. Was hältst du von deiner Stadt? Die Bässe. Die Bässe. Was gibst du den Leuten mit, Bruder? Weserstrand. Hallo, zieh durch. Zieh durch, Kusik. Wir sehen uns. Wir haben hier auf jeden Fall die Riesengruppe. Wie groß seid ihr überhaupt? Boah, 1,95. 1,95 und? Auf. Und? Ich bin nicht groß, Bruder. Leute, 1,60 zu 1,95. Wie geht's euch heute? Heute besonders gut. Ja, ich seh schon. Was hast du da auf der Wange? Ein Penis. Du hast nur einen Penis, Digga. Ich hab seit 22 Uhr gestern nur noch gesoffen. Es ist doch scheißegal. Die meisten ist es nur ein Anlass zu trinken eigentlich. Ihr wisst gar nicht, was ihr feiert. Ja, ja, Vatertag. Christi Himmelfahrt. Genau. Es gibt keinen. Einfach nur Pinkel. Mein Papa hat mich in die Welt gesetzt. Das ist ja wohl Zeit genießen. Start. Jungs, habt ihr Spaß? Ja. Das ist doch das Wichtigste, oder? Ja. Das ist doch das Wichtigste. Aber kannst du mir erklären, was für einen Anlass wir heute feiern? Vatertag. Ja, aber was macht man am Vatertag? Warum feiert man den so? Christi Himmelfahrt. Sag mal Penis. Du kommst doch aus Hannover. Ja. Ich komm aus Winden, Bro. Du bist doch Ali SSK. Wie heißt ich? Ali SSK, oder? In Oberhausen gab es am Wochenende unglaubliche Szenen. Die YouTube-Stars SSK. Wie heißt ich? SKK. Genau so ist es. Ja, Bruder. Ja. Bruder, warte. Ich hab dich schon mal getroffen. Ich wohne hier, Bruder. Ich komm aus dieser Stadt. Ich hab dich in Hannover getroffen. Ehrlich? Du bist doch immer mit den Dunkelhäutigen. Ja, genau. Die sind auch hier. Du schaust zehnmal, hast du gesagt, ne? Ja. Okay. Soll ich dir das Glas abnehmen? Okay. Zehnmal. Komm. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zwei. Komm, noch einen Versuch. Eins, zwei, drei. Du hast echt abgelust, Madame. Das ist schlimm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Einmal, halt geschafft. Zwei, zwei. Drei, zwanzig. Also. Ey, Jungs, 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 Jungs. Wir gehen dazwischen. Wir gehen dazwischen. Wir gehen dazwischen. Wir gehen dazwischen. Ey, Mann. Ey, Mann. Ey, Mann. Ey, Mann. Ey, Mann. Guck mal, der Play. Ne, ne. Das ist... Willens. Woher kennt ihr Mischee? Hä? Von Gopa. Von Gopa. Ne, ne, ne. Der Frosch. Der Frosch. Der Frosch. Wie findet ihr Mischee? Also. Nein, nicht süß, aber er ist auf jeden Fall ein Kulatschi. What? Danke, Jungs. Wunderbar. Ich liebe deine Videos. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich sag euch eins, ne. Mein Thema ist, sauft euch richtig einen rein. Scheiß drauf. Sauft euch einen rein! Gott, Jungs! So muss das. Ich liebe Münden. So, wo du den Stuhl zeigst. Welchen Stuhl? Du hast gesagt, ihr kriegt 100 Euro von mir, wenn ihr redet, was da drin ist. Bei mir! Ey, Ali! Der Stuhl war schon dran. Ey, Kalle! Der Stuhl war schon dran gebildet. Jungs, die Kiefer halt. Hallo! Alle können ein Foto von uns machen. Ey, Ali, können wir ein Foto machen? Natürlich. Bist du gut am Feiern? Ja. Hast du Spaß? Ja. Wie alt bist du? 16. Darfst du auch schon Alkohol trinken? Natürlich. Nein, ich mach nur Spaß. Hab Spaß. Trink nur nicht zu viel. Nee. Pass auf dich auch. Und wenn Ärger ist, einfach nach Hause gehen. Das ist weiter weg, aber ich gebe Mühe. Alles gut. Woher kommst du denn? Kommst du noch mit? Nein, komm ich ja. Das Ding ist, ich hab so einige Geheimnisse. Ein Geheimnis ist, wo ich wohne, und ich hab noch ein eigenes Geheimnis. Ich kann dir das erzählen, aber das bleibt unter uns. Okay, versprochen. Versprochen? Ja. Wirklich? Ja, versprochen. Ich bin Spider-Man. Ich bin Spider-Man. Oh. Aber sag das niemand. Darf ich MJ sein? Nein. Ich freue mich, dass endlich mal wieder was geht an Vater-Tago. Ja, guck mal. Ich freue mich. Rieke, wie geht's dir? Gut. Wie geht's dir? Super. Wie heißt du? Fiona. Rieke und Fiona, ja? Ja. Wie alt seid ihr? 18. 18. Du bist 18, du bist 19. Juppie. Ja? Ja, ja. Stark oder sehr ehrlich? Ehrlich. Mädels, was feiert ihr heute hier? Und das ist Luca. Luca ging mit mir ganz lange auf eine Schule. Echt vor Gott. Und wir haben lange Fußball gespielt. Er hat mir Boxen und Fußballspielen beigebracht, ne? Es war sehr viel dabei. Er hat mir ehrlich sehr viel beigebracht. Ich bin seit halb zwölf besoffen. Vatertag halt, ne? Aber was feiert man am Vatertag? Vater. Ich hab ihm heute Frühstück gemacht. Du hast dein Vater heute Frühstück gemacht? Ja. Also du feierst, dass du einen sehr coolen Vater hast. Ich glaube nicht. Bist du Frieden mit deinem Papa? Würdest du ihn austauschen? Nein. SKK, beste Leben einfach. Habt ihr SKK geguckt früher? Ja, natürlich. SKK, wir lieben euch! Ich hab auch deine Twitch-Films geguckt. Was? Ich hab deine Twitch-Films geguckt. Ja. Wo du selber warst, wo du deine Auspack-Videos gemacht hast. Ich bin seit halb zwölf hart gestanden. Ehrlich. Hacke. Warst du gestern auch noch feiern? Nee, nee. Actually nicht. Für heute extra nicht. Also du hast für heute echt aufgeladen und vorbereitet. Wo geht's heute noch hin? Ähm, keine Ahnung. Ali ist der korrekteste von allen. Viele hast ein Like da. Viele denken, ich bin immer aufgeteilt. Wenn jemand für die Zukunft wichtigen Content haben möchte, dann lasst dir alle Ali einen Follower dabei. Einen wunderschönen guten Abend. ARD Text im Auftrag des Systems Er ist einfach der korrekteste. Ich kann das. Feier! Leute, wir sind heute ja auf Mission, Digga. Wenn ihr heute Abend im Knast landen wollt, dann chillt heute mit ihm. Ich schwöre, mit ihr kriegt ihr nur Probleme. Ich will heute im Knast landen. Was muss ich machen? Was muss ich machen, JB? Zu der Frau da gehen? Ja. Und einmal, Junge. Du stehst auf dem rechten Bein. Auf meinem rechten Bein. Ja, so. Und dann nimmst du deinen linken Arm. Ja, mein Link. So. Und Auge zu und auf die Nasenspitze mit dem Finger. Rechtes Bein. Linke Arm. Augen zu, Augen zu. Und auf die Nasenspitze. Weh, 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 weh. Michi, Michi, Michi. Michi. Auf die Nasenspitze. Weh, weh. Ich bin ein Drache. Okay, was feierst du heute? Vatertag oder Karneval? Ne, ich feiere heute Zeit mit meinen Freundinnen zu verbringen. Also einfach nur Spaß haben. Ja. Hast du Spaß? Ja. Hast du euch schon was getrunken? Tatsächlich noch nicht. Ich bin Fahrer. Fahrer und Dino. Wie alt bist du denn? 20. 20? Ich hätte dich viele Jünger geschätzt, Mann. Ja, höre ich nicht zum ersten Mal. Guck mal. Das Ding ist, die Leute filmen immer Hamburg, Berlin, Köln. Ich will heute so ein bisschen meine Stadt präsentieren, weißt du? Ja, oder? Find ich sehr gut. Bist du stolz auf Minden? Ja. Bist du Mindenerin? Ja. Stark. Seit 20 Jahren. Ali SKK, Digga. Digga, ich schwöre, du bist doch schon zum fünften Mal zu mir gekommen. Egal, egal. Zum fünften Mal ist... Ich schwöre bei mir auch, der sagt, ey. Das Ding ist, er sagt Ali SKK, dann hat er Ali SSK gesagt, dann hat er Ali SKKK gesagt. Bruder, mach die Leute scheiße mal rein, Digga. Leute, die Leute sind hier durch, Digga, aber ich liebe meine Stadt, was soll ich sagen? Klein, aber fein. Ein paar Leute hier, wen grüßt du? Ich grüße meine Oma. Okay, wen grüßt du noch? Äh, ich grüße Leon Berding, Digga. Okay, willst du noch jemanden grüßen? Bruder, ich grüße dich, Armin Akor. Okay, klar. Ich grüße dich. Warte mal. Äh. Komm, was sagst du zum 9-Euro-Ticket? Sehr geil, sehr geil. Ab nach Süd. Ab nach Süd. Aber nochmal kurz, ich feier eure Reaction auf YouTube, aber auf Twitch auch geil. Dankeschön, Digga, danke. Ehrlich, ich feier euch. Danke. Ey, willst du jemanden grüßen? Ja. Wen denn? Meine Mutter. Das ist auch seine Mama. Ja, schöne Grüße an seine Mutter. Okay, ey. SKK, Digga. SKK früher. Wie schmeißt du? Lamin. 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 Hier, guck mal her, hier. Luca. Hey, sei mal ehrlich. Alter. Lass ihn durch, Junge. Lass ihn, lass ihn. Lass ihn durch, Junge. Die sind die Brüder. Sie sind die Brüder. Bist du gut gelaunt heute? Natürlich bin ich gut gelaunt. Ja. Weißt du, warum ich gut gelaunt bin? Ja. Weil ihr die Brüder seid, weil ihr nett seid. Weil ihr dabei seid. Bruder, was war das Wichtigste? Gute Laune verbreiten. Ehrlich, Bruder. Gute Laune und Liebe verbreiten, oder nicht? Nein, alles gut. Ja, natürlich. Das war das Wichtigste. Scheiß mal. Wie heißt du? Elias. Elias, wie alt bist du? 19. Hast du Spaß? Natürlich habe ich Spaß. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Sauber, Digga. Das ist das Wichtigste. Hast du gut getrunken heute? Ein bisschen. Wollen wir einen Alkoholtest machen? Aber scheiß drauf. Komm mal einen Alkoholtest. Was ist der Alkoholtest? Kannst du einen Handstand? Komm. Ich stehe dazu. Er macht einen Handstand. Komm. Einen Handstand. Einen Handstand. Einen Handstand? Ja, ja. Einen Handstand. Einen Handstand. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Was machst du? Knast-Tattos oder was? Ja, Bruder, normal. Michael Schaufel, du weißt Bescheid. Mein Name ist Pinsbred. Minton Newcomer. Zu meiner Linken. Pinky aka Patrick. Auch krasser Produzent, Leute. Wirklich mit ihm momentan sehr, sehr Fehler machen, wenn es um Musik geht. Zwei Songs recorded. Ja. Heute noch drüber gequatscht. Die sind bald ready. Und dann geht's ab. Das wird heiß, Bruder. Heiß. Kurz vor Ende. Guck mal, da ist auf jeden Fall eine Menge los. Aber Leute. Nein, 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 nein. Wir gehen jetzt wirklich zum Highlight, ja? Die wahren OGs fragen immer, ey, wo ist eigentlich Achmed von SKK? Weil ganz, ganz früher war ein Achmed dabei. Lange Zeit. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Digga. Achmed SKK. Der reale OG ist da. Auf jeden Fall an jeden, der nach mir gefragt hat. Grüße von Achi. Egal, egal. Versuche. Komm. Komm. Einmal. Was war das? Kann ich ehrlich sagen? Oder ein Handstand? Ich kann ehrlich ein Handstand. Halte mal seine Beine. Er muss meine Beine verfallen. Halte seine Beine. Okay, Leute. Ein, zwei, eins. Und? Ficke. Ladies and Gentlemen. Ich glaub an dieser Stelle. Ich glaub an dieser Stelle, das war's Digga. Wir brechen das ganze Projekt ab. Ich hab euch meine Stadt gezeigt, Leute. Ist auf jeden Fall viel Chaos dabei. Ali.SKK Folgt mir auf YouTube. Ey SKK. Abonniert mich auf YouTube. Normal auf YouTube. Sag das. Du musst das sagen. Normal auf YouTube, Digga. Wo sonst? Abonniert mich auf YouTube. Lasst einen Daumen hoch da. Lasst einen Daumen hoch da. Und verbreitet Liebe, Leute. Wir sehen uns. Ich wünsch euch alles Coole. Alles Glückliche. Und was auch immer ihr feiert. Zum Vatertag. Wir sind raus. Liebe. Letzte Worte. Letzte Worte. Meine Worte. Ich wünsch euch Liebe.